Die Welt kannte schrecklichere Monster als sie. Vor allem eines wird Nigel über die Urzeiten noch lernen müssen. Egal wie schlimm es an Land ist, eines sollte man wirklich nie tun, sich ins Wasser begeben. Seine jüngste Expedition führt Nigel kreuz und quer durch die Vorgeschichte. In verschiedenen erdgeschichtlichen Perioden taucht er in den sieben tödlichsten Meeren aller Zeiten. Jedes Meer ist gefährlicher als das davor. Die Monster werden größer und gemeiner. Meeresbewohner, wie man sie nicht für möglich hält. Und natürlich lauert der Schlimmste ganz am Schluss. Nigels erster Stop auf seiner riskanten Kreuzfahrt durch die Zeiten ist eine Periode, die wir Ordovizium nennen. Um sie vom 21. Jahrhundert aus zu erreichen, muss man unvorstellbar weit zurückgehen. Zurück vor die Eiszeit, vor die ersten Menschen. Sogar noch vor die Dinosaurier. Das Ordovizium liegt sage und schreibe 450 Millionen Jahre zurück. So weit zurück, dass es noch nicht einmal Pflanzen auf der Erde gibt, sondern nur wenige wirbellose Lebewesen. Kein günstiger Aufenthaltsort für Menschen. Die Atmosphäre in dieser Epoche ist mörderisch. Es gibt einfach viel zu wenig Sauerstoff und viel mehr Kohlendioxid, als wir vertragen. Ohne dieses Luftgemisch, das ich hier atme, würde es mir nicht gut gehen. Wenn man sich so umsieht, weiß man, warum die Atmosphäre so ganz anders ist. Es gibt hier kein Leben, ein Land. In der Luft sind keine Insekten, nicht mal Würmer existieren im Boden. Und was das Entscheidende ist, die Pflanzen fehlen. Es gibt überhaupt nichts Grünes. So kann keine einzige Pflanze, kein Baum, das Kohlendioxid in der Atmosphäre in lebenswichtigen Sauerstoff umwandeln. Aber im Wasser sieht die Sache schon anders aus. Im Meer gibt es schon seit hundert Millionen Jahren Leben. Und glauben Sie mir, in der Zeit brachte die Evolution ein paar wirkliche Monster hervor. Und denen bin ich auf der Spur. Zuerst brauche ich einen Köder. Im Ordovizium ist das kein Problem, denn da es keine Landtiere gibt, bleibt alles Aas, das vom Meer angespült wird, einfach liegen. Wahrscheinlich werden sie es nicht wiedererkennen, aber 450 Millionen Jahre später wird hier New York entstehen. Ein Panzerfisch. Ganz kleiner. Jetzt nichts wie rein ins flache Wasser, um eins der unangenehmen Viecher anzulocken, die sich hier massenhaft rumtreiben. Ein Seeskorpion. Ein besonders grotesker Räuber. Wie er seinen Schwanz biegt. Aber im Gegensatz zu seinen späteren Namensvettern an Land ist da kein Gift drin. Nur vor den gewaltigen Scheren muss man sich wirklich in Acht nehmen. Oh! Die funktionieren ausgezeichnet. Das bekomme ich sofort demonstriert. Der Seeskorpion hat den Köder im Nu zerfetzt und ist nun auf größere Beute aus. Alles okay, Nigel? Er hat mein Bein erwischt. Noch eine Nachbe in meiner Sammlung. Ich habe gelernt, dass mit Seeskorpionen nicht zu spaßen ist. Aber draußen im Meer lauern weit größere Monster. Die wirklichen Jäger des Ordoviziums. Um die anzulocken, brauche ich etwas mehr als einen aufgespießten Fisch. Ich versuch's mal damit. Das sieht zwar wie eine gigantische Kellerassel aus, ist aber ein toter Trilobit. Er hat keinerlei Verwandte im 21. Jahrhundert. Aber vor 450 Millionen Jahren gibt es tausende verschiedene Arten davon. Von Exemplaren in dieser Größe bis zu ganz winzigen, die gerade mal so groß sind wie ein Streichholzkopf. Ich werde den Trilobiten als Köder benutzen. Und in seinem Körper platziere ich eine Minikamera. Ich stecke sie in eine Augenhöhle des Kadavers. Wenn das funktioniert, sollte ich eigentlich ganz gute Aufnahmen bekommen. Und los geht's. Jetzt geht schon die Sonne unter. Kommt mir früh vor. Fast hätte ich es vergessen. Im Ordovizium dreht sich die Erde deutlich schneller als in der Neuzeit. Der Tag hat deshalb nur 21 Stunden. Nicht 24. Es wird bald dunkel werden. Wir können erst morgen weitermachen. Nichts, was man im Leben tut, ist ganz unnötig. Am nächsten Morgen möchte ich mit einem echten Monster der Tiefe tauchen. Das hier ist ein spezielles Luft-Sauerstoff-Gemisch. Denn die Luft des Ordoviziums könnte ich unter Wasser niemals aus Pressluftflaschen atmen. Da würde ich wegen des hohen Kohlendioxidanteils sofort ohnmächtig. Und auch das haben wir aus der Neuzeit importiert. Es ist ein Anzug aus Metall, der vor Haibissen schützt. Es gibt zwar noch keine Haie, aber er wird hoffentlich auch gegen diese aggressiven Seeskorpione helfen. Die größeren Raubtiere sind sicher im tieferen Wasser. Also muss ich mich in die Mitte der Bucht hinaus wagen. Jetzt kommt mein präparierter Trilobit-Köder dran. Der sieht zwar für uns nicht gerade appetitlich aus, aber vielleicht für die Monster, die hier rumschwimmen. Ich hoffe, dass die Kamera den Moment aufnimmt, in dem einer zuschnappt. Da ist doch was. Es kommt näher. Ein Seeskorpion. Offenbar mögen die auch gern Trilobiten. Da ist mein Stock. Es wird später Nachmittag, bis etwas anbeißt. Was ich hier an der Leine habe, ist viel größer als ein Seeskorpion. Es hat sich die Kamera geschnappt. Das ist das Ende meiner Trilobit-Kamera. Offensichtlich muss ich selbst da rein, um zu sehen, was es ist. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich folge mal dem Kabel. Das wird mich schon zu dem Räuber bringen. Die Kamera ist weg. Wahrscheinlich ist er nicht weit. Das wird spannend. Was ist denn hier los? Warum kommen sie alle zusammen? Erst war es ein Seeskorpion, dann ein zweiter. Jetzt sind sie alle um mich herum. Das sieht wie ein Skorpion-Teppich aus. Sie bewegen sich alle in eine Richtung. Und meinen Kopf wuseln sie auch. Da! Danach habe ich gesucht. Ein Riesen-Endozerat. Also ein Kruppfüßer. Diese Gattung heißt Kameroceras. Er ist der größte Räuber, den die Welt bis dahin erlebt hat. Und er hat mich wahrgenommen. Ich habe keine Lust, in die Fänge dieser Tentakel zu geraten. Glücklicherweise haben Endozerat und sehr primitive Augen. Helles Licht irritiert sie. Vielleicht kann ich ihn mit dem Strahl meiner Taschenlampe von mir abwenden. Er haut ab. Keine Ahnung, wo er hin ist. Nur noch diese Skorpione sind hier. Oh! Auch der Endozerat hat diese Skorpione entdeckt. Oh! Mit seinen Fangarmen zieht er sie zur Mundöffnung. Man kann es sogar hören, wie sein Schnabel den harten Panzer zerknackt. Riesenendozeraten verbringen wahrscheinlich die meiste Zeit im tiefen Wasser, wo es dunkel ist. Sie sehen nicht viel und müssen sich auf andere Sinne verlassen. Sie riechen ihre Beute. Und knacken sie dann in Stöcke. Der Kameroceras ist der Topjäger des Ordoviziums. Er schwimmt nicht sehr schnell. Ich kann mit ihm mithalten. Und ich kann mich sogar an ihm festhalten. An der Spitze des Gehäuses. Eine wundervolle Struktur. Ich reite auf einem Endozeraten. Hey! Jetzt hat's mir aber zu tief. Zeit loszulassen. Danke fürs Mitnehmen. Beim Zurückkommen klärt sich auch das Geheimnis der Seeskopien. Sie haben sich alle Richtung Strand aufgemacht und setzen hier massenweise Nachkommen in die Welt. Zurzeit ist Vollmond. Die Zeit der höchsten Flut. Sie legen ihre Eier in den Sand. Da sind sie geschützt. Und beim nächsten ebenso hohen Wasserstand, in ungefähr einem Monat, schlüpfen die Jungen und werden von den Fluten mitgenommen. Einige Seeskopione bleiben hier, bis die Jungen schlüpfen. Man hat Fossilien gefunden, in denen kleine Seeskopione im Magen der Größeren waren. Sie warten also und fressen die Jungen gleich nach dem Schlüpfen auf. Ziemlich kannibalisch. Das Rodovitium hat es in sich. Von der Luft bekommt man Kopfschmerzen. Ohne Kettenpanzer kann man nicht schwimmen gehen. Es ist nicht gerade das ideale Urlaubsziel. Aber in der Urzeit gibt es Schlimmeres. Das nächstgefährliche Meer findet Nigel auf halber Strecke zwischen Ordovitium und heute. In der Trias, vor 230 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit ergreifen Reptilien die Herrschaft über die Ozeane. An Land tauchen gerade mal die allerersten Dinosaurier auf. In der Trias hat sich die Erde gewaltig verändert. Dennoch ist alles noch ganz anders als heute. Hier zum Beispiel werden sich später die Schweizer Alpen erheben. Aber vor 230 Millionen Jahren gibt es nur einen Kontinent. Pangäa. Dementsprechend gibt es auch nur ein großes Meer. Pantalassa. Auch im Wasser ist etwas ganz Neues passiert. Nicht Haie, Schalentiere oder gar Säugetiere beherrschen den Ozean, sondern eine Tiergruppe, die ursprünglich nur an Land lebte. Die Reptilien. Reptilien sind jetzt überall auf dem Vormarsch. Herrscher der Lüfte sind die Pterosaurier. Und die künftigen Herrscher an Land, die Dinosaurier, hat die Evolution erst vor kurzem hervorgebracht. Zugegeben, noch sind sie nicht sehr beeindruckend. Aber mein Ziel ist es, das Leben im Wasser kennenzulernen. Hier sind die größten Reptilien der Trias zu Hause. Und zum Glück kann man sie leicht ausfindig machen, denn alle müssen auftauchen, um Luft zu holen. Als erstes entdecke ich einen Notosaurier. So ein Notosaurier kann ganz schön bissig sein, aber da unten sind größere Reptilien, die einen Menschen leicht töten können. Als Lebensversicherung habe ich mir diesen Elektroschocker mitgebracht. Wenn sie mir zu nahe kommen, wird sie das abbreiten. Da ist nicht ein Notosaurier, da sind sogar zwei. Sie sind neugierig und kommen immer näher. Kein Wunder. Sie haben ja auch noch nie einen Menschen gesehen. Aber man weiß nie, wie sie reagieren. Ich bin ganz froh, dass ich den Elektroschocker dabei habe, falls sie zu aufdringlich werden. Aber zunächst einmal kreisen sie wirklich nur neugierig um mich herum. Dennoch, sie haben rasiermesserscharfe Zähne, wie Dolche, die sich ineinander verhaken. Perfekt, um Fische zu fangen. Und schnell genug sind sie auch dafür. Da kommt einer immer wieder her. Ich will mal was ausprobieren. Wie für Alligatoren gibt es auch für einen Notosaurier einen sicheren Griff, nämlich um die Kiefer. Wow! Eine prähistorische Tauchfahrt mit einem Notosaurier. So ein Reptil kann mit unglaublicher Kraft zuschnappen. Aber die Muskeln zum Öffnen der Kiefer sind relativ schwach. Wie alle Meeresreptilien müssen auch Mothosaurier an die Oberfläche, um Luft zu holen. Ich darf ihn nicht allzu lange festhalten. Mach's gut, Alter. Der hier zwischen den Felsen ist nicht wirklich gefährlich. Aber es ist eines der groteskesten Reptilien aller Zeiten. Tannis Trofeus. Er hat einen großen, langen Hals, einen ebenso großen, langen Schwanz und fast keinen Körper dazwischen. Der Hals ist ideal für einen Räuber, der seiner Beute auflauert. Wahrscheinlich schwenkt er ihn einfach durchs Wasser, mitten durch einen Schwarm Fische. Er hat seinen Schwanz abgeworfen. Das habe ich oft erlebt, wenn ich als Kind Eidechsen fangen wollte. Genauso hat er es gemacht. Seine Art der Lebensversicherung. Wenn sie angegriffen werden, kommen sie so davon. Und wie bei Eidechsen wird der Schwanz nachwachsen. Sogar ohne Schwanz kann er gut schwimmen. Und das abgeworfene Teil bewegt sich noch weiter. Ich kann es kaum halten. Oh, was war das? Das muss ein Zymbus Bundylus sein. Ein früher primitiver Vertreter der Echthiosaurier. Von denen entwickeln sich viele verschiedene Arten. Sie werden nach der Drehers noch rund 100 Millionen Jahre existieren. Der hier kommt mir ein bisschen zumal. Und dass er sich so langsam bewegt, ist trügerisch. Mit einem Schwanzschlag kann er sich nach vorne kaputtieren. Mein Herz klopft ganz schön. Das war nur ein erster Vorstoß. Quasi zur Wandlung. Jetzt brauche ich den Elektroschocker. Er kommt wieder. Ich werde das Gerät wohl einsetzen müssen. Was für ein interessantes Nektier. Zwei Meere hätten wir. Fünf fliegen vor uns. Für seine nächste Begegnung reist Nigel noch einmal zurück. Sein Ziel, die berüchtigten Panzerfische des Devon. Diese Jäger sind buchstäblich so hart wie Stahl. Die Zeitkarte hilft, mich zu orientieren, wo ich schon war. Die Zeitspannen sind einfach so unglaublich groß. Zuerst bin ich 450 Millionen Jahre in die Vergangenheit gereist, um auf einem Riesenenduzeraten zu reiten. Mein zweiter Tauchgang lag 230 Millionen Jahre zurück und brachte mich in die Zeit der besonders bizarren Meeresreptilien. Jetzt sind wir 360 Millionen Jahre vor unserer Zeit im Devon gelandet. Willkommen in der Ära der Riesenpanzerfische. Unvorstellbar. Wirklich unglaublich. Wie war es da unten, Mike? Einfach toll. Hast du einen zu sehen bekommen? Ich habe einen gesehen. Er kam so nah. Ich stecke das Band gleich mal in den Videorekorder. Okay. Unser Kameramann Mike hat einen ersten Erkundungstauchgang hinter sich, nur um sich zu orientieren. Er sagt, wir hätten auf Anhieb ins Schwarze getroffen und sofort gefunden, wonach wir suchen. Kein Zweifel, das ist er. Ein Dunkleosteus. Wunderbar, Mike. Na, vielen Dank. Wie sieht er aus? Ist er wirklich so ein riesenhaftes Meeresumbeheuer? Ach so, mir blieb fast der Atem weg. Mir hat das Herz bis zum Hals geschlagen. Der Fisch ist zehn Meter lang. Er muss vier oder fünf Tonnen wiegen, so viel wie zwei mittlere Elefanten. Bei genauerem Hinsehen kann man das charakteristische Merkmal des Dunkleosteus ausmachen. Er hat dicke Panzerplatten, die den Kopf und die vorderen Teile bedecken. Im Devon sind auch viele der kleineren Fische, seine Beutetiere, gepanzert. Aber der Räuber ist dafür gut ausgerüstet. Er hat gewaltige, starke Kiefer und es gibt einfach nichts, durch das er sich damit nicht durchbeißen kann. Jetzt bin ich dran, mich in seine Nähe zu wagen. Ich will einfach herausfinden, wie stark diese Kiefer wirklich sind. Wir haben uns vorgenommen, einen Dunkleosteus zu füttern. Es ist mein Job, den Köder zu fangen. In der Zwischenzeit baut die Crew einen Schutzkäfig für mich. Er ist nicht zufällig rund. Wir haben uns Gedanken gemacht. Wenn ein Hund es nicht schafft, in einen großen Ball zu beißen, dann rutscht hoffentlich ein runder Käfig auch aus den Kiefern eines Dunkleosteus. Der könnte passen. Er ist groß genug. Zum Glück gibt es im Devon unglaublich viele Lebensformen im Meer. An Land ist das anders. Da haben es die Tiere bisher höchstens auf die Größe eines Tausendfüßlers gebracht. Das ist ein Plakodern, ein Panzerhäuter. Er gehört derselben Tierklasse an wie der Dunkleosteus. 50 Millionen Jahre haben diese Fischartigen existiert, dann sind sie ausgestorben. Ich habe mit der Crew gewettet, dass der Dunkleosteus den Köder glatt durchbeißt, selbst wenn er in ein Kettengewebe gewickelt ist. In so einer Situation fühlt man sich am verletzlichsten, wenn man mit einem großen Köder auf den Käfig zuschwimmt. Jetzt bin ich drin. Es wird wahrscheinlich ein paar Minuten dauern, bis die Geruchsspur die Raubfische anlockt. Ich hoffe sehr, dass ein Dunkleosteus dabei ist. Was kommt denn da für ein komischer Hai an? Sehen Sie sich die Rückenflosse an. Er heißt Bügelbretthai. Und man sieht auch warum. Es muss ein Männchen sein. Nur die haben so eine bizarre Rückenflosse. Wahrscheinlich um den Weibchen zu imponieren. Oder um Feinde abzuschrecken. Sie gehören zu den ersten Haien, die die Evolution hervorgebracht hat. Toll für einen Hai-Fan wie mich. Aber irgendwie auch surreal. Jetzt hat ihn irgendwas vertrieben. Hier ist er. Der Dunkleosteus. Er muss den Köder gerochen haben. Und er kommt direkt auf mich zu. Man kann die dicke Panzerung richtig gut erkennen. Nur das erste Drittel des Körpers ist damit überzogen. Diese Raubfüsche haben keine richtigen Zähne, sondern messerscharfe Auswüchse der Kieferknochen. Wenn sie beim Beißen aneinanderreiben, wird die Knochenoberfläche abgeschliffen, sodass sie stets scharf sind. Sein Maul ist ein rasiermesserscharfer Schraubstock. Dazu konstruiert, auch mit gepanzerten Beutetieren fertig zu werden. Jetzt will ich sehen, ob ich meine Wette gewinnen kann. Komm schon! Das ist wirklich ein Monster. Da kann einem Schamol nicht werden. Jetzt wird's ernst. Ergreif den Käfig an. Er kommt wieder. Ziemlich schnell diesmal. Er ist halt an den Käfig ran und hat ihm eins verpasst. Die Gitterstäbe sind ganz verbogen. Er will diesen Köder tatsächlich. Und ich will meine Wette gewinnen. Ich bin sicher, dass diese Kiefer mit dem Kettengewebe fertig werden. Sieh dir das an. Er kommt wieder näher. Er hat mir fast den Arm ausgekugelt. Und jetzt weißt er es durch. Er schneidet sich einfach durch die Ketten. Und ich habe meine Wette gewonnen. Da ist ein kleiner Dunkle Osteos. Direkt unter mir. Er sucht nach Abfällen. Diese Plattenhäuter existierten über einen Zeitraum von ungefähr 50 Millionen Jahren. Dann starben sie alle aus. Wow! Wow! Seht euch das an. Es lässt einen richtig erschordern. Der große Räuber zerbeißt den Kleinen. Er zermalmt die Panzerplatten richtiggehend. Der Dunkle Osteos hat hier seine wahre Natur demonstriert. Er ist mehr als nur ein Beutejäger. Er ist auch ein Kannibale. Und seine Tischmanieren... Die lassen etwas zu wünschen übrig. Das ist ein ganz normales Verhalten. Denn Dunkle Osteos ist nicht schlecht. Ein Fisch wie dieser, der von gepanzerter Nahrung lebt, muss die unverdauerlichen Teile wieder loswerden. Er wirkt sie einfach heraus. In diesem Fall auch die Ketten. Das ist vollkommen normal. Normal vor 360 Millionen Jahren. Vielleicht. Aber da ist keine Zeit, sich auszuruhen. Sie müssen die Halbzeit auf ihrer Reise durch die gefährlichsten prähistorischen Meere erreichen. Vor ihnen liegen vier weitere, immer riskantere Begegnungen. Als nächstes stoppt die Crew in einer Periode, die unserer Zeit näher ist. Im späten EO 10. Das war vor 36 Millionen Jahren. Genau auf der Hälfte der Zeitachse, zwischen dem Aussterben der Dinosaurier und heute. Hier lebt der mörderischste Meeressäuger aller Zeiten. Was für ein merkwürdiger, morastiger Lebensraum. Magrovensümpfe, üppige Vegetation, Matsch und wo man hinsieht, Wasser. Genau das Gegenteil einer Wüste. Aber auch wenn es unglaublich erscheint, das hier wird irgendwann die Sahara sein. Ich befinde mich ungefähr da, wo Kairo entstehen wird. Und wenn ich hier 36 Millionen Jahre stehen bliebe, würden die Ägypter anfangen, Pyramiden über meinem Kopf aufzutürmen. Das EO 10 ist der Beginn des Zeitalters der Säugetiere. Sie beherrschen das Land, sie beherrschen die Meere und, wie ich gleich erleben werde, beherrschen einige von ihnen sogar beides. Die Fußspuren da sehen wirklich vielversprechend aus. Die Abdrücke sind ziemlich weit auseinander. Die meisten Tiere setzen beim Gehen einen Fuß vor den anderen. Es sieht so aus, als würde dieses Tier hier seinen Körper von einer Seite auf die andere schwingen, wenn es sich fortbewegt. Außerdem sind die Zehen weit gespreizt, wie bei einem Kamel. Wahrscheinlich, um das Gewicht zu verteilen, damit das Tier nicht im Sand einsinkt. Ich bin also einem großen Tier auf der Spur, das da entlanggewatschelt ist. Und dann stoße ich auf den Traum eines jeden Spurensuchers. Ein Haufen frischer Kot. So frisch, dass ich fast die Hitze auch steigen fühle. Er riecht irgendwie süßlich. Daraus kann man schließen, dass sich das Tier von Früchten ernährt. Das beruhigt mich ein wenig. Aber natürlich können auch Pflanzenfresser gefährlich sein. Ich sollte mich also vorsehen, bis ich weiß, was es ist. Komm schon, sei leise. Da ist es. Das Tier, das so watschelt. Ein echt surreales Geschöpf mit einem lustigen Namen. Es heißt Arsinoiterium. Diese Tiere besitzen außergewöhnliche Hörner. An dem da kann man erkennen, dass es ein Männchen ist. Die Hörner biegen sich nach außen. Die Hörner weiblicher Tiere sind kleiner und nach oben gerichtet. Es sind recht beeindruckende Waffen. Aber sie haben auch Nachteile. Jetzt hat er mich bemerkt. Aber er kann mich so gut wie gar nicht sehen, weil seine Hörner die Augen verdecken. Er weiß, dass wir hier sind. Aber er kommt nicht näher und rennt auch nicht weg. Eigentlich wirkt er ganz ruhig. Ich glaube, ich kann ihn mir aus der Nähe ansehen. Ich will was ausprobieren. Mal testen, ob er Lust hat, etwas aus dem 21. Jahrhundert zu fressen. Mal testen, ob er Lust hat, etwas aus dem 20. Jahrhundert zu fressen. Das Arsenuiterium sieht vielleicht wie ein Nashorn aus. Aber dieses Säugetier ist in Wirklichkeit viel näher mit dem Elefanten verwandt. Umso überraschender ist, dass es wie ein Fürstpferd lebt. Es ist also ein Seemonster. Wenn auch ein amphibisches. In den Mangroven gibt es reichlich Futter für so einen großen Vegetarier. Dennoch ist das Leben hier nicht ganz einfach. Was morgens noch Strand ist, ist am Mittag eine Lagune. Notgedrungen hat sich das Arsenuiterium mit dem Wechsel der Gezeiten arrangiert. Es ist ein Lebewesen, das sich im Wasser genauso wohlfühlt wie ein Land. Vielleicht sogar wohler. Das Eocäen ist eine wichtige Periode für die Säugetiere. Denn neben den amphibisch lebenden Arten haben sich neue Spezies entwickelt, die perfekt an das Leben im Meer angepasst sind. Hier findet man einige davon. Dorudon, eine Art von Urwalen. Und Wale sind der eigentliche Grund, warum ich hierher gekommen bin. Allerdings nicht diese Winzlinge. Ich bin hinter einem viel größeren, gefährlicheren Walheer. Einem, der einen Dorudon zum Frühstück verschleppt. Es ist an der Zeit, den König zu finden, der diese Gewässer beherrscht. Wir segeln hier genau in der Mitte der Thetis. Das ist das Meer zwischen Europa und Afrika. Die Karte hier sieht recht ungewohnt aus. Im 21. Jahrhundert ist alles ganz anders. Dieses Meer wird schrumpfen und austrocknen. Wir segeln über das, was später zur Sahara wird. Und hier ist das Monster, nach dem wir suchen. Basilosaurus. Der Name bedeutet Königsechse. Als man die Fossilien im Jahr 1832 entdeckte, dachte man, es handele sich um ein Riesenreptil. Zeichnungen von früher zeigen ihn wie eine Seeschlange. Fast sowas wie das Ungeheuer von Loch Ness. Später hat man dann herausgefunden, dass es sich bei dem Basilosaurus um einen Urwal handelt. Der Schädel beeindruckt mich am meisten. Es gibt heute keinen Wal mehr mit so einem Kopf. Die großen, kegelförmigen Zähne im Vorderkiefer sind ideal zum Zupacken. Sie zerfetzen das Fleisch. Im Maul wird die Beute dann mit massiven, höckrigen Backenzähnen zermalmt. Wir sind auf der Suche nach dem größten Räuber der Meere im Eozän. Aber wie in aller Welt finden wir einen solchen Burschen? Die Zusammensetzung der Knochen im Schädel des Basilosaurus zeigt, dass er ziemlich gut hören kann. Heutige Wale geben jede Menge Laute von sich. Sie kommunizieren miteinander. Und wir hoffen, dass Basilosaurus sich genauso verhält. Wir bringen ein Unterwassermikrofon zum Einsatz. Falls wir etwas von ihrer Konversation auffangen, sollten wir lokalisieren können, wo sich die Wale aufhalten. Da ist nichts. Nur Fische. Wirklich nichts. Es sind keine Wale zu hören. Lass uns woanders hinsegeln. Okay. Nigel! Ich glaube, da ist was. Fantastisch, definitiv ein Wal. Ja. Vielleicht haben wir ihn gefunden, den Basilosaurus. Der Wal scheint in der Umgebung zu sein. Aber wo genau? Das Dumme ist, dass sich der Ton im Wasser viel weiter und schneller ausbreitet als in der Luft. Er könnte kilometerweit entfernt sein. Also müssen wir ihn anlocken. Wir haben seinen unheimlichen Gesang mit einem Riesenlautsprecher hinaus in den Ozean. Vielleicht denkt er, das ist ein Wal. Vielleicht denkt er ja, es wäre ein anderer Wal in seinem Revier und kommt auf uns zu. Wissenschaftler haben das mit Walen der Neuzeit ausprobiert, mit unterschiedlichem Erfolg. Aber das ist unsere einzige Chance, einen Basilosaurus zu Gesicht zu bekommen. Es wird lauter. Ja, eindeutig lauter. Wir wissen nicht, wie lange sich die Tiere hier aufhalten werden. Keine Ahnung, was mich da in der Tiefe erwartet. Das ist aufregend. Er kann jederzeit von unten auf mich zukommen. Oder von hinten. Im Moment benutze ich das Boot als Schutz. Diese große Frau hier, es sieht aus, als wäre hier ein wirklich riesiger Raubfisch in der Nähe. Darum werden sie nicht zu nahe kommen. Sie haben nicht so große Gehirne wie die Wale der Neuzeit. Ihr Verhalten ist viel primitiver. Einen Menschen könnten sie leicht für ein Beutetier halten. Oh, wow. Da ist er. Die lange, stromlinienförmige Form, das muss ein Basilosaurus sein. Er sieht genauso aus wie die Seeschlangen der alten Zeichnungen. So einen Wal habe ich noch nie gesehen. Er hat keine Fettschicht. In diesem warmen Wasser braucht er auch keine. Er sieht aus wie ein Wal auf Diät. Wenn man ihn mit unserem Boot vergleicht, bekommt man eine gute Vorstellung von seinen Ausmaßen. Das Boot ist 25 Meter lang. Er misst bestimmt 15 Meter. Wirklich, ein feuchterregender Räuber. Ich bin froh, dass ich in der Nähe des Bootes bin. Ich wünschte, der Tontechniker würde das Band stoppen. Die Leute setzen den Wal wirklich unter Stress. Er kommt näher. Jetzt hat er tatsächlich den Lautsprecher abgebissen. Er schüttelt ihn, wie ein Terrier eine Ratte schüttelt. Wir haben unseren Lautsprecher verloren. Aber das macht nichts. Denn schließlich hatten wir eine fantastische Begegnung mit dem Basilosaurus. Es ist eine Welt an der Schwelle zu großen Veränderungen. Der Kontinent Afrika bewegt sich nach Norden Richtung Asien und Europa und sorgt dafür, dass dieser alte Seeweg verschwindet. Der Basilosaurus wird mit ihm verschwinden. Als nächstes stoppen wir im Pleozän. Die Zeit, als unsere frühesten Vorfahren gerade anfingen, aufrecht zu gehen. Es ist überraschend, was alles in unseren Meeren gelebt hat. Vor nur vier Millionen Jahren. Wir sind in Peru. Genau am Rand des Pazifischen Ozeans. Und da draußen im Meer lebt etwas Schreckenerregendes. Wer sich vor Haien fürchtet, wird ein zitterndes Wrack sein, wenn er uns auf unserer nächsten Reise begleitet. Das sind die berühmtesten Kiefer der Welt. Sie gehören dem weißen Hai. Aber sie sind nichts im Vergleich zu dem prähistorischen Hai, den ich nun treffen will. Carcharodon Megalodon. Der größte fleischfressende Fisch, der jemals gelebt hat. Megalodon bedeutet großer Zahn. Und ich glaube nicht, dass ich das erklären muss. Auf der Suche nach Megalodon gelangen wir in immer gefährlichere Gewässer. Ein Gefühl von Vorsicht hat die gesamte Crew ergriffen. Wir sind uns über unser weiteres Vorgehen nicht einig. Ich denke, wir sollten in tiefe Gewässer fahren. Lass uns nach erwachsenen Tieren Ausschau halten. Nein, wir fangen besser mit den Jungtieren an. Wir haben nicht genug Zeit dafür. Also ich denke, wir sollten uns an die kleineren halten. Wir haben keine Ahnung, wie sich Megalodon verhält. Einige behaupten, es sei wichtig, die kleinen Exemplare zu studieren. Ungefährlichere Jungtiere, bevor man einen Tauchgang mit einem Erwachsenentier riskiert. Am Ende muss ich nachgeben. Ich unternehme einen Tauchgang mit den Jungtieren und dann denke ich, sollten wir uns auf die Suche nach den Ausgewachsenen machen. Bei Haien hängt alles davon ab, am richtigen Platz zu tauchen. Wie junge weiße Haie neigen auch junge Megalodon dazu, sich in seichtem Wasser aufzuhalten, in einiger Entfernung zu den Erwachsenentieren. Teilweise aus Gründen ihrer eigenen Sicherheit, aber auch, weil sie Jagd auf sehr unterschiedliche Beute machen. Bei diesem Tauchgang dürften wir also keinem ausgewachsenen Hai begegnen. Ich nehme diesen Wald aus Seetang als Deckung, denn ich möchte nicht gern in offenem Wasser erwischt werden. Große Räuber schwimmen nicht gern in Grünzeug wie diesem hier. Andererseits hoffe ich, dass ich hier auf die Lieblingsbeute junger Megalodon treffe und das sind höchst seltsame Geschöpfe. Da! Ein Odorbenozetops Neptadon. Dieser Name ist eine Mischung aus Griechisch und Latein und bedeutet der Wald, der auf seinen Zähnen geht. Wenn er sich umdreht, kann man sehen, weshalb. Ein Stoßzahn ist ca. 30 cm lang, aber der auf der anderen Seite misst fast einen Meter. Die Männchen setzen ihre Stoßzähne wahrscheinlich im Kampf während der Paarungszeit ein, wie arktische Nachwale. Das ist ja nicht zu fassen. Der größte weiße Hai aller Zeiten. Über 6 Meter lang. Dabei muss der da gerade mal 3 Jahre alt sein. Und schon so riesig. Wenn man sich vorstellt, wie es wäre, einem ausgewachsenen Megalodon zu begegnen. Mit dem 20-fachen Gewicht. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Wir haben einen jungen Megalodon gesehen, aber wir haben noch nicht viel über ihn erfahren. Ich bin besonders daran interessiert, wie sie jagen. Da wir nicht einfach darauf warten können, dass ein Angriff passiert, müssen wir dafür sorgen, dass einer passiert. Wir bauen uns einen Odorbenozetops. Es ist nicht gerade ein lebensnahes Kunstwerk, aber mit etwas Glück wird er als Köder die Megalodon anlocken. Wenn sie sich ähnlich verhalten wie weiße Haie, müssten sie näher kommen, sobald sie diese Silhouette an der Oberfläche sehen. Unser Dummy schwimmt nicht so gut wie ein Odorbenozetops, aber das scheint die jungen Haie nicht zu stören. Nur 10 Minuten später bekommt unsere Bordkamera den Schlag ihres Lebens. Der Köder sieht ganz schön zerfleddert aus. Und wir haben etwas gelernt. Es sieht so aus, als hätte Megalodon die gleiche Jagdmethode wie der weiße Hai. Er greift auf die Schnelle von unten an und ist gleich wieder weg. Da unser Köder offensichtlich weniger aushält als ein echtes Tier mit Sehnen und Muskeln, hat es ihn in zwei Teile zerlegt. Aber auch ein echtes Tier wäre ernsthaft verletzt und würde stark bluten. Dann käme der Hai erst, wenn es völlig geschwächt wäre und würde ihm den Todesbiss verpassen. Karcharodon Megalodon ist wahrscheinlich ein Verwandter des weißen Haies. Wir wissen jetzt, dass Jungtiere ihre Beute auf ähnliche Art und Weise angreifen. Aber wie jagen die ausgewachsenen Haie des Pliocen? Und auf was macht ein 15 Meter Hai Jagd? Wir steuern mit unserem Boot ein paar Kilometer aufs offene Meer hinaus. Es ist an der Zeit, ein wirkliches Monster zu treffen. Bobby, setz den Anker! Wo sucht man nach dem schrecklichsten Hai aller Zeiten? Wir ankern am Rand einer Unterwasserrinne, in der die kalte Strömung der Antarktis auf das südamerikanische Festland trifft. Die Strömung trägt reichlich Nahrung mit sich und so sammeln sich hier alle möglichen Fische in riesigen Schwärmen. Kleine, größere und mit etwas Glück vielleicht auch Karcharodon Megalodon. Jeder, der schon mal versucht hat, Haie anzulocken, kennt Chum. Es ist eine Mixtur aus Fischblut, Fischöl und Innereien. Wir bereiten die ekelhafte Mischung zu und kippen sie ins Wasser, um einen Megalodon anzulocken. Wenn sich einer nähert, käme er in den Genuss einer speziellen Delikatesse. Ein Paket Fischkörper, das ihn eigentlich interessieren müsste. Und dann käme unsere Hai-Kamera zum Einsatz. Eine Kapsel mit einer Minikamera. Mein Plan ist, nah genug heranzukommen, um das Ding an der großen Rückenflosse festzuhaken. Die Kapsel ist so konstruiert, dass sie sich nach ein paar Tagen löst. Die Kamera würde dann zur Oberfläche steigen und hoffentlich genug Bilder drauf haben, um uns einen Einblick in das Leben eines Megalodon zu geben. Da hinten links habe ich was gesehen. Bei der Größe kann diese Rückenflosse zu nichts anderem gehören, als zu einem ausgewachsenen Megalodon. Sofort lassen wir den Käfig ins Wasser. Man kann das Blut sehen und das Fischöl, das aus dem Fischklumpen ausdringt. Ich muss mit der Kamera vorbereitet sein. Es könnte nur eine einzige Chance geben. Wer weiß, wie lange sich der Megalodon hier aufhält. Mir ist unheimlich. Ich habe Angst. Er kommt direkt auf den Käfig zu. Was für ein Wachterl. Was für ein Wachterl. Die Musik Es gibt nichts, was einen auf einen solchen Anblick vorbereiten könnte. Am liebsten würde ich mich so schnell, als geht aus dem Wasser ziehen lassen. Aber ich muss mich zusammennehmen. Ich muss gestehen, der Kerl macht mir wirklich Angst. Es sieht so aus, als würde er gleich ganz nah vorbeikommen. Ich bin nicht sicher, ob ich die High-Kamera anbringen kann. Ich habe ihn verpasst. Ich muss die Kamera einfach befestigen. Das ist aussichtslos. Schwerer, als ich dachte. Der Flusser ist einfach zu hoch. Und jetzt, jetzt kommt der Frontal auf den Käfig zu. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich kann die Kamera nicht vom Käfig abschießen. Ich muss es von der Plattform aus versuchen. Den Schammklumpen, lass ihn nicht ganz ab. Behalt den Hai im Auge. Sieh zu, ob du ihn hier vorbeilocken kannst. Okay? Ich bin bereit. Du Idiot! Wir nehmen den Schammklumpen nicht, bevor wir den Hai tatsächlich sehen. Los, hol ihn schnell hoch! Hey, es tut mir leid. Entschuldige, dass ich dich Idiot genannt habe. Ich hatte Angst, als ich hineinfiel. Danke. Fantastisch. Bravo. Die Kamera ist so konstruiert, dass sie vom Hai abfällt und an die Oberfläche treibt. Nach ein paar Tagen empfangen wir das Signal. Da ist sie. Schau, direkt vor uns. Nicht nur, dass wir sie gefunden haben, sie scheint auch unbeschädigt zu sein. Ich kann nur hoffen, dass sie lang genug am Hai befestigt blieb, damit wir möglichst viele gute Bilder bekommen. Ein paar Schrammen hat sie doch abgekriegt. Wahrscheinlich ist sie an einem Felsen entlang geschrammt und hat sich vorzeitig gelöst. Ein abgerissenes Stück Haiflosse ist immer noch dran. Wir haben was drauf. Die Kamera hat funktioniert. Ich bin total aufgeregt. Die Kamera hat alles überlebt, was der Hai mit ihr angestellt hat. Mit den Bildern sind wir mitten im Pliocen und beobachten einen Tag im Leben eines Megalodon. Eine Silhouette. Schaut her. Die Silhouette ist nicht nur irgendein anderer Fisch. Wir sehen das Opfer eines vernichtenden Angriffs. Er geht tiefer. Er greift an. Er greift ihn an. Wow. Das will ich nochmal sehen. Die Bilder sind aufregender und besser, als wir uns erhofft haben. Beim erneuten Ansehen können wir ganz genau erkennen, wie der Hai direkt unter seine Beute taucht. Er geht tiefer, damit er mehr Stoßkraft gewinnt. Dann beschleunigt er nach oben und greift mit voller Wucht an. Einen riesigen Wal. Das ist echt spektakulär. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, worauf ausgewachsene Megalodon Jagd machen. Auf Wale. Und auf ziemlich große sogar. Aber sogar er, der ultimative Hai, wird unfähig sein, sich vor der kommenden Eiszeit zu schützen. Als der Ozean abkühlt, passen sich die Wale mit ihrem hohen Körperfettanteil an und ziehen in die eisigen Polarregionen. Cajarodon Megalodon dagegen ist gezwungen, in den wärmeren Gewässern um den Äquator zu bleiben. Er ist seiner Beute beraubt und stirbt nach und nach aus. Für Nigel wird es jetzt Zeit, das drittgefährlichste Meer hinter sich zu lassen. Vor ihm liegt das Jura-Zeitalter. Um das zu erreichen, muss er von 4 Millionen auf 155 Millionen Jahre zurückreisen. Jura nennen wir die Periode, die genau in der Mitte der Dinosaurierzeit liegt. Sie ist die Heimat der größten Tiere, die je auf dem Land lebten. Übertroffen wurden sie nur von den Monstern im Wasser. Ich bin in den Jura gereist, weil er die Heimat gigantischer Lebewesen ist. An Land waren es riesige Dinosaurier und hier im Wasser sehen sie selbst. Das ist ein Schwarm Lezichtes. Die größten Fische, die je gelebt haben. Aber es gibt Räuber, die kaum kleiner sind als sie. Deswegen bin ich hier, um einige der größten Meeresreptilien zu sehen, die je gelebt haben. Die Zichtes werden bis zu 27 Meter lang. Größer als die meisten heutigen Wahlen. Aber es sind sanfte Riesen. Sie ernähren sich von winzigen Lebewesen, die im Meer leben. Sie fördern jede Form von Plankton heraus. Jedes auch noch so kleine Tierchen, das im Wasser treibt. Zu dieser Zeit des Jahres leben sie von ihren Fettreserven. Und das trennt bald die gesunden Fische von den Kranken. Da drüben sieht man einen, der nicht richtig mit dem Schwarm mithalten kann. Er schwimmt am Rand und zieht schon ein paar kleinere Räuber an. Da kommt ein Metrioronchus. Kaum zu glauben. Es ist eine Art Krokodil. Völlig an das Leben im Meer angepasst. Er hat flossenartige Füße und einen fischähnlichen Schwanz. Und seine Haut ist glatt. Überhaupt nicht gepanzert. Er hat jeden Schutz aufgegeben. Zur Dunsten der Geschwindigkeit. Das ist mir ein bisschen zu nah. Oha! Unter mir schwimmt ein sehr bizarrer Hai. Hybordos genannt. Typisch sind die seltsamen Hörner auf seinem Kopf. Er ist unterwegs zum Fressen. Er dreht und windet sich, um ein Stück Fleisch herauszureißen. Er lebt's echt, es tut mir richtig leid. Er wird tatsächlich lebend aufgefressen. Es ist ziemlich nervenaufreibend hier, direkt neben dem Schwarm. Man muss sich in Acht nehmen vor Haien und Meereskrokodilen. Dabei habe ich noch nicht einmal die wirklich großen Reptilien gesehen. Aber ich werde wohl nicht lange warten müssen. Auch wenn wir die ganz großen Räuber bei meinem ersten Tauchgang noch nicht gefunden haben, auf mögliche Beute sind wir gestoßen. So verfolgen wir jetzt den verletzten Litzichtes mit einem Ortungsgerät. Es funktioniert wie Sonar, indem wir Geräusche ins Wasser leiten. Die Tonsignale prallen vom verletzten Fisch ab und zeigen uns an, wo er sich befindet. Früher oder später muss sich ein großer Räuber nähern. Da ist er schon. Vier Flossen, kurzer Nacken und riesig groß. Er nähert sich dem Litzichtes. Er ist fast zu groß wie seine Beute. Ich bin mir ziemlich sicher. Es ist ein Leopleurodon. Er ist das größte fleischfressende Reptil und er nähert sich immer mehr dem Litzichtes. Wo ist die Kamera? Peter, kannst du die Angelkamera nehmen? Beeil dich! Er ist ziemlich tief. Ich gehe zum Monitor und dirigiere dich. Ein bisschen weiter links. Und ein bisschen tiefer. Genau wie ich dachte. Es ist ein Leopleurodon. Schau dir diese Flossen an. Er hat den Litzichtes endgültig erledigt. Da bewegt sich nichts mehr. Er muss tot sein. Wir haben den Leopleurodon erschreckt. Verschwindet. Einen Leopleurodon unter Wasser zu sehen, wäre der absolute Kick. Selbstverständlich brauche ich dafür Schutz. Die Techniker und ich haben zusammen das da entwickelt. Einen Geruchsanzug. Der Leopleurodon hat einen hervorragenden Geruchssinn. Und wir werden das nutzen. An meinem Anzug haben wir eine Flasche mit einer speziellen Substanz angebracht, deren Geruch für den Leopleurodon unangenehm ist. Und wenn er mir zu nahe kommt, werde ich das Ventil öffnen und eine stinkende Wolke ins Wasser ausstoßen. Die Substanz, die wir benutzen, heißt Putrescin. Das ist eine Essenz von verwesendem Reptilienfleisch. Hoffentlich wird ihn das von mir abhalten. Bevor wir uns für Putrescin entschieden haben, haben wir ein paar Versuche mit einem jungen Leopleurodon in seichtem Wasser gemacht. Wir haben den Geruchsanzug einem Dummy angezogen. Den haben wir dann beschwert und auf den Meeresboden gestellt. Gleichzeitig haben wir Tintenfische in den Anzug gesteckt. Die sind dafür da, um den Leopleurodon anzulocken. Ein Versuch, sie zu füttern und zu sehen, wie sie auf verschiedene Substanzen reagieren. Beim ersten Experiment ist im Geruchsanzug ein chemisches Abschreckungsmittel, das Haie fernhält. Wir wollen sehen, ob es auch bei Reptilien wirkt. Aber als wir die Anti-Hai-Substanz freisetzen, zeigt sich überhaupt kein Effekt. Einem echten Taucher wäre in diesem Anzug der Kopf abgebissen worden. Beim nächsten Experiment füllen wir den Geruchsanzug mit Putrescin und warten ab, was passiert. Wieder ist Tintenfisch am Dummy und lockt Leopleurodon an. Aber sobald das Putrescin austritt, drehen sie sofort ab. Bei Jungtieren funktioniert es also. Hoffentlich gibt es nur auch ein wenig Schutz vor einem ausgewachsenen Leopleurodon. Wie ich vermutet habe, kommt ein Leopleurodon. Es könnten auch zwei sein, zum Kadaver zurück. Da unten ist es dunkel, aber das stört die Tiere nicht. Sie leben in einer Welt der Gerüche. Wir haben Licht dabei und können sehen. Es wird trotzdem ganz schön unheimlich sein da unten. Der Kameramann und ich, wir werden uns auf unsere Geruchsanzüge verlassen müssen. Das ist Wahnsinn! Ich bin froh, dass wir eine Kamera dabei haben. Niemand würde mir das sonst glauben. Wir sind nah genug, um die Zähne zu sehen. Sie sind wirklich einzigartig. Diese Reihe von schärfen Förderzähnen. Sie sind wie Raseeklingen. Sie bohren sich geradezu in den Kadaver hinein, beißen sich durch die Haut des Leads echtes einfach durch. Ihr kurzer Nacken hilft Ihnen dabei, ruckartig und mit Fehlkraft zuzuschnacken. So können Sie Stücke vom Fleisch herausreißen. Sie bemerken mich nicht einmal. Sie sind nur mit Fressen beschäftigt. Ich denke, ich kann das Risiko eingehen und näher heranschwimmen. Ich will einfach so nah ran wie möglich. Ich bin nur ein paar Meter weg von den furchteinflößendsten Meeresreptalien, die man sich vorstellen kann. Da kommt einer gefährlich nah. Gott sei Dank. Der Geruchsanzug funktioniert. Aber es hat wirklich Zeit, hier rauszukommen. Halt durch, Nigel. Du bist noch nicht fertig. Das war das zweitgefährlichste Meer. Und nun ist die Zeit gekommen, in das Aquarium des Teufels einzutauchen. Das gefährlichste Meer aller Zeiten. Die Kreidezeit liegt 75 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Es ist kurz bevor ein riesiger Meteor in die Erde einschlägt und die Ära der Dinosaurier beendet. Dasselbe katastrophale Ereignis wird auch das Ende der meisten Meeresmonster sein, die wir jetzt treffen. Ein vertrauter Anblick an den Küsten der Kreidezeit. Diese Vögel heißen Hesperonis. Sie sind so laut, dass es einen fast taub macht, wenn man wie ich jetzt mitten in einer Kolonie steht. Wie Pinguine können sie nicht fliegen, aber sie sind leider nicht so niedlich wie Pinguine. Allein diese dolchartigen Schnäbel. Und innen drin haben sie tatsächlich Zähne. Doch um ihre Art zu erhalten, müssen Hesperonis gewappnet sein. Sie leben in einer Zeit, in der es schreckliche Räuber gibt. An Land herrscht Tyrannosaurus rex. Und im Wasser? Nun, jedes Mal, wenn sich Hesperonis zur Nahrungssuche ins Wasser begeben, erwartet sie das tödlichste Meer, das es je gab. In der Kreidezeit gibt es im Meer nicht nur einen gefährlichen Räuber, sondern gleich eine ganze Sammlung. Da sind furchterregende Haie, schreckliche Meeresreptilien, selbst die Fische hier könnte man sich nicht einmal in den schlimmsten Albträumen vorstellen. Ich nenne es das Aquarium des Teufels, weil sich darin so viele Killer herumtreiben. Aber genau dort jagen Hesperonis. Sie können erstaunlich gut tauchen. Ihre schweren Knochen kommen ihnen dabei zugute. Aber alt werden nur wenige von ihnen, denn in diesem Meer gibt es sehr viele Möglichkeiten, gefressen zu werden. Fahr nach rechts! Halt dich mehr rechts! Oh mein Gott! Bleib rechts! Da ist jede Menge Blut im Wasser. Gib mir das Periskop, bitte. Damit sollte ich in der Lage sein, einen Blick in das Blutbad zu werfen. Ich will unbedingt wissen, was da unten passiert. Da ist richtig viel los. Dieser Hai ist wohl gerade am Fressen. Welche Art das ist, weiß ich nicht. Es gibt so viele Haie in der Kreidezeit. Und was ist das? Der sieht ja wirklich grotesk aus. Er gleicht eher einer Bulldogge als einem Fisch. Wenn sich der Teufel Fische halten würde, dann wäre der bestimmt einer davon. Xifactinus, ein Raubfisch, der sechs Meter lang werden kann. Da ist ein Großer. Er kommt direkt auf das Periskop zu. Er hat ein Hesperonis im Maul. Der Vogel ist fast zwei Meter lang. Und er schlingt ihn im Ganzen hinunter. Aber da ist noch etwas, das mir bekannt vorkommt. Die bedrohliche Gestalt eines Mosasauriers. Über den habe ich einiges gelesen. Er gehört zur herrschenden Klasse von Meeresreptilien in der Kreidezeit. Seine schlangenartige Gestalt ist kein Zufall. Er ist nahe verwandt mit den Schlangen. Aber er ist weitaus grausamer und viel, viel größer. Dieses Exemplar, das in der Nähe der Küste lebt, ist ein kleiner Kerl. Er wird nur gut drei Meter lang sein. Aber weiter draußen im Meer warten Giganten, die 20 Meter lang sind. Wir fahren in tiefere Gewässer, um einen Riesenmosasaurier zu finden. Eigentlich segeln wir direkt über Kansas. Das ist eine Karte der USA, wie wir sie kennen. Aber in der Kreidezeit sieht alles ganz anders aus. Der größte Teil von Kansas ist mit Wasser bedeckt. Tauchen kommt in diesem Binnenmeer nicht in Frage. Das wäre mir viel zu gefährlich. Aber wir haben jede Menge Ausrüstung dabei, um Tiere zu beobachten. Da wäre unser Sonar, damit wir frühzeitig gewarnt werden. Und wir haben Kameras am Bug des Schiffs. Eine nach vorn, die andere nach hinten gerichtet. Wenn also ein Mosasaurier in die Nähe kommt, können wir ihn uns am Bildschirm ansehen. Aber das ist etwas, worauf wir ganz besonders stolz sind. Es ist ein ferngesteuertes Mini-U-Boot mit einer Kamera. Unser ROV. Es wäre idiotisch, mit einem Mosasaurier zu tauchen, aber wir hoffen, dass wir einem mit diesem Gerät so richtig nahe kommen. Schon bald haben wir Gesellschaft. Mit seiner außerordentlichen Größe und dem charakteristischen Kamm kann das nur eins sein. Kein Vogel, sondern ein fliegendes Reptil. Ein Pteranodon. Sie fangen Fische in diesen Gewässern. Aber im Aquarium des Teufels sind die Fische schon mal hinter ihnen her. Am nächsten Morgen erwartet uns eine böse Überraschung. Was zum Teufel war das? Wir sind mit voller Wucht gegen etwas geprallt. Es ist der Kadaver einer Schildkröte, wie es sie im 21. Jahrhundert längst nicht mehr gibt. Sie ist riesig. Es muss ein Archelon sein. Die können über zwei Tonnen wiegen. Diese da ist wohl in zwei Stücke zerbissen worden. Wir sind offensichtlich in den Gefilden der Riesenmosasaurier angekommen. Denn nichts anderes kann so etwas anrichten. Wir segeln weiter durch das Aquarium des Teufels, halten Ausschau und warten auf den Riesenmosasaurier. Nigel, das ist interessant. Sieh dir das mal an. Was immer es ist, es bewegt sich direkt unter das Boot. Das könnte was sein. Es sind keine Riesenmosasaurier, aber sie gehören zu den spektakulärsten Meeresreptilien, Elasmosaurus. Die wollte ich schon immer mal sehen. Da ist eine ganze Gruppe unterwegs. Sie ernähren sich nur von kleineren Fischen und Schalentieren, sind also nicht besonders gefährlich. Aber das gibt uns die perfekte Gelegenheit, das ROV mit seiner ferngesteuerten Kamera zu testen. Sie haben nicht die geringste Angst davor, vor dem ROV. Sie tauchen ab. Kannst du tiefer gehen? Sie kommen wirklich nah an die Kamera heran. Einer erkundet sie sogar ganz genau. Ihre langen Hälse sind wahrscheinlich ein Mittel, die Beute zu täuschen. In trübem Wasser sehen die Fische zunächst nur den kleinen Kopf, nicht den riesigen Körper. Und so kommt der Elasmosaurus an sein Opfer heran, bevor er richtig bemerkt wird. Jetzt taucht auch noch ein Archelon auf. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Die Riesenschildkröte will ich unbedingt aus der Nähe sehen. Es ist schon riskant, mich hier hineinzuwagen. Aber das ROV sollte mich beschützen. Es bewacht mich und sieht die Räuber, die hier herumluggernden. Ich kann einfach nicht widerstehen, auf einem Archelon zu ran. Er müsste eigentlich gleich wieder hochkommen. Er ist schon wieder hochkommen. Was ist das denn? Wo ist der? Ist Nigel. Zurück, Pete. Besser, du holst ihn aus dem Wasser. Da ist irgendwas Großes auf dem Sonar. Okay, ich muss ihn aber erst finden. Wir sind unterwegs, Al. Ich muss Nigel finden. Da unten ist irgendwas. Beeil dich. Bin ich froh, dass ich aus dem Wasser raus bin. Ich sag' Ihnen, dass wir zurückkommen. Angel Mariner? Angel Mariner? Nigel hier. Wie war's unten, Nigel? Es war der Kick, auf einer Schildkröte zu reiten. Aber am Ende... Da hab ich ein bisschen Angst. Wir sind auf dem Bootwegkarriere. Okay, Nigel. Over. Da ist was? Kannst du's auf dem ROV sehen, Greg? Das ROV hat alles gesehen. Vielleicht hat er das Boot für eine Schildkröte gehalten. Jedenfalls hat sich der Top-Jäger der Kreidezeit den Tauchern genähert. Und wenn es etwas noch Schlimmeres gibt, als mit einem 20 Meter langen, fleischfressenden Reptil im selben Wasser zu sein, dann ist es wohl, mit seiner Familie zu schwimmen. Bleibt vom Boot weg! Da ist was! Unter euch! Riesenmosasaurier greifen alles an, was sich bewegt und fressen es auf. Haie, Schildkröten, selbst andere Mosasaurier. Bei drei Menschen, die um ein umgekipptes Boot im Wasser zappeln, konnten sie sich schwer entscheiden. So haben sie zunächst das Boot gewählt. So haben sie zerstört. Von den sieben gefährlichsten Meeren aller Zeiten war dieses das Schlimmste. Danke. Sind alle okay? Und jetzt war das Schlimmste vorbei. Schlimm war das. Da ist immer noch Blut im Wasser. Oder doch nicht?